Wir sind hier! Mark-Hubert Kling! Mark-Hubert Kling, komm! Mit dem Känguru, wo ist das Känguru? Ja, sorry, das Känguru ist nicht da. Es ist zu spät, aber es hat gesagt, wenn es zu spät kommt, es hat mir so einen Brief mitgegeben, den ich vorlesen soll. Und weil ich voll gut die Stimme vom Känguru nachmachen kann, werde ich die Stimme jetzt machen. Hey Fans! Schön, dass ihr trotzdem da seid. Trotz, ihr wisst schon was. Corona! Also wenn ich nur im Entferntesten verschwörungstheoretisch veranlagt wäre, dann würde ich ja behaupten, dass das Timing kein Zufall sein kann. Direkt zum Filmstart. Da steckt auch der Pinguin dahinter. Mark-Hubert hat gesagt, ich soll nicht über Corona reden, aber ihr seid doch eh schon alle hier. Also die Hälfte von euch. So what? Die Prepper, die ihre Toilette voll Klopapier und ihre Küche voll Spaghetti gestopft haben. Also die Leute, die sich in vorauseilende Quarantäne begeben, die, wie ich dazu sage, Ferien auf Sakrotan machen, würden wahrscheinlich eh nicht verstehen, was an unserem Film witzig sein soll. Bevor der Film nun losgeht, erlaubt mir noch ein paar kurze Worte zur politischen Lage in Deutschland. Na, vielleicht nach dem Film. Viel Spaß! Und dann geht's. Auf Wiedersehen. Alles gut. Vielen Dank.